Du? Ja! Aha! Also mehr Lektor! Aha! Entschuldigung! So und hallo! Herzlich willkommen zu meiner weiteren Let's Play MyCraft! Grins! Versteht! Oh, ich habe das falsche Texte weg! So, was haben wir eigentlich das letzte Mal gemacht? Weißt du das noch, Max? Hm? Das letzte Mal war der Mainz nicht hier, weil er beschissenen Computer hat. Ähm, es stimmt. Ja. Ah, wir haben noch weitergemacht, oder nicht mehr? Ja, weil da war ja der Emre hier. Hm. Ah, okay. Ich komme jetzt auch auf den Server. Yay, Server! Ich habe noch eine... Ich habe mir noch eine Mathe abgelehnt, das heisst... Audio-Tori und er will irgendwie nicht funktionieren. Warum ist das offen? Ah ja, und ich wollte ja umziehen, weil der Gino sich immer aufregt. Ja. Ähm, und ich würde mich gerne mal formell entschuldigen bei unserer Ziemenschauer wegen dem Fall letztes Mal von denen, die es nicht mitbekommen haben. Ich war auf Skype und habe auf Sturm geschaltet und habe vergessen, wieder den Sturm abzustellen. Ähm, ich komme gerade wieder... Ich komme gerade wieder, ich mute mich mal kurz. Also, es tut mir leid, dass... Also, es tut mir leid, dass... Ich könnte quält haben für alle, die es dort, ja... Du fällst eh... Oh, ich habe Queepa gefunden! Queepi! Ein wieder da! Ich habe vergessen, Zeit zu stoppen, wie das Let's Play wahrscheinlich auch nicht gerade sehr lang. Weil ich muss jetzt... Ich habe das schon einmal... Ähm, ich habe... 1 Minute zu lang aufgenommen. Und dann, äh, dieses Video wurde auch im Grunde einer Überlänge, ähm, gelöscht. Also entfernt. Und das hat dann ziemlich... Ähm... Ich weiss nicht, ich habe gerade alles nochmal aufgeladen. Ich bin jetzt im Server drin, okay? Nein! Bis gut! Kannst du schon den ersten... Nein, das ist total schlimm, würde ich sagen. Ich bin im Kreativmodus und unter der Erde. Da hört man sich mit 11 Minuten an, von der erschissensten Zahl auf der Welt. Ah, und ich habe noch am Text durchgepackt, noch ein bisschen rumgemacht, jetzt ist das Bett... ein bisschen violent bei mir. Ähm... Hey! Gino, lang weg! Hey, drück ich mal um! Sollte, komm! Drehen Sie um! Drehen Sie um! Ähm... Ich ruuche... Essen, Johannes! Oh, haha! Lass mich jetzt mal prüfen! Kolas! Guck mal hoch! Guck mal hoch! Guck mal hoch! Jun... Guck mal hoch! Jun... Guck mal hoch! ...wenn mal immer dem macht! Jee... Franz! Hobsse hat. Guck mal... Guck mal! 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 Wer hat dann auch Wettbewerb? Was? Ja. Guck mal! Guck mal! O repräsentanten, Guck mal! Gino? Hä? Hast du die Tinte? Nein. Ich bin cool. Die habe ich sicher wieder auf Null. Ich weiss zwar nicht wieso, aber... Ähm, okay, ich finde es richtig. Okay, ich bin am Boden. Stell mich bitte so waschen. Ah, ich habe eine Kartoffel. Du bist in Survival. Ich bin Survival. Wie ist das? Weiss auch nicht. Was schnurrt er da? Ah, hast du das jetzt umgestellt, Gino? Warte mal, ich muss schnell auf... Oh, ich habe es noch auf Spanisch eingeschätzt. Sorry. Ähm, wo kann ich Steuerung? Spielauflicht? Kann ich doch auf G? Hä, du bist gar nicht auf dem Server. Ja, Gino? Gino? Hast du den vielleicht immer noch nicht umgestellt? Weiss, wo der Emre da war? Ja. Oh, ja genau. Ähm... Jetzt bin ich Survival. Ja. Oh, ähm, ich muss nur schnell kurz etwas machen. Moment, du kannst schnell ein Stück. Das ist jetzt... No, warte, das letzte Mal. So, wir sind wieder da. Hello. Okay, Miles kommst drauf. So, jetzt müssen wir... Hast du alle deine Items? Ich habe ja schwer von der Schuhe. Hast du einen Eisenschufel? Ja, das ist wahrscheinlich... Nein, ein Steinschufel. Achso, ich habe schon gemeint. Gut, ich kann auch richtig, cool. Aber ich sehe nichts. Ähm, Max, du hast da ganz viele Dings umgelegen. Lass mich hier oben. Was? Ist überall auf dem Boden rumgelegen. Was? Auf dem Boden ist das rumgelegen. Segenstelle? Ja. Bei mir liegt am Boden ein Ziegelstein. Ah, das schifft die ganze Ideen. Toll, als war das durch Schimmen und alles. Ähm... Was habe ich da oben gelegen? Da, das komische Holzgesicht da. Hä? Ein Ziegelsteigesicht. Aha, was? Da draußen? Ja, ich habe es da gelegt. Ja, da ist mein Haus dann. Nein, du hast da liegen lassen. Da? Ja. Aha. Also wir legen... Oho! Aha. Entschuldigung. Ja, es ist mir ein bisschen fest. Ähm... Das war genau da, wo du dann beschlossen hättest. Ich drehe meine Tömer ab. Hehehe. Ich habe die Fahne gemacht. Ähm... Du, der Ziegelstein, Junge. Das... Da ist mein Haus. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Ich weiß es auch nicht. Uh, du... Uh, ich weiss, was ich da oben mache. Ja. Ah ja, genau. Das Holz habe ich jetzt auch noch ein bisschen abgeändert. Das sieht, dass mir so mit der Gestucht-Pagent aussehen kann. Unten haben wir Birke. Und da haben wir... halt irgendetwas. Ähm... Wo hat so einen Baum... Ja, das sieht mich nicht gut. So, das ist mir gut. Ähm... Was habe ich noch gegeben? Ich habe eigentlich noch ziemlich viel geändert. Ah, das ist Stuka-Dunga. Ähm... Könnte der oder die... Da kannst du zwei Steak haben. Oh, cool. Steak. Ähm... Keine Meinung nach. Irgendwie wenn das Holzabbau kommt, wenn du rauskommst. Ich gucke kein Holz rauskommst. Anhaltig zu fett der Leck, oder? Es stimmt doch bitte. Kann ich mal geben? Ja, gibst du gerade. Es gibt nichts. Ähm... Oh... Kino? Hm? Danke. Bist du an der Oberfläche? Ja. Kann man ein paar Bäume machen, wenn du mir noch das Holz abbaust? Wo bist denn du? Man soll es nicht mehr kaputt mit der Handbausche. Schau. Und da hinten. Gino. Gino. Du, nimmer schnell, nimmer schnell, nimmer schnell. Oh nein, das ist doch alles an der Leckse. Nicht passiert. Warte. Die Bricks. Jetzt, bitte. Hmmmmmmmmmmmm. Ach ja genau, das Sand, habe ich noch holen für Glasgesichter. Glas buchst du nicht? Doch, das buche ich. So habe ich 22 C. Bild. Schmeisse das jetzt dir an. Ach, unser Armsgleich inseli. Mir ist gar nie abfallen, dass das so eigentlich der Introberg ist. Ich hab immer gemeint, der andere ist der Introberg. Oh mein Gott, doch das furchtbar Wie kostet die Lecks? Geräte Ähm, kleiner Tipp Zuckerrohr wachst auf Sand schneller als auf Aden Ja, ich weiss Aber irgendwie vieles wachst oder es so schneiden hat Und wenn Cino es hackt, dann hat er Unrecht Das stimmt Ah, da oben haben wir Baumi Meine Taten auf Machst du denn Cino seine Tür kaputt? Was machst du genau? Wo siehst du mich gerade? Ähm, in der Tür Was? Ich seh mich im Wald Am Bestube Entschuldigung Da muss ich halt durch den Fluchtausgang aussehen Ullaaa Hast du das gesehen Cino? Nein Ich bin von ganz oben runter geschwungen Ich bin ein ganz dicker Eier Oh, Miles, bist du rausgeheckt worden? Gut, wachst du? Hehe Cino Ja, jetzt funktioniert es bei dir sicher besser Ah, jetzt bin ich durch, ja Ähm, 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 ähm You can only sleep at night Nein, weiss Ich bin ja gewohnt Ich nütze mich mal kurz Ein Bett Ein Bett So, wie will du? So, noch zwei Minuten Das wird sicher das kürzeste, letztlich, wo wir Ok, nein, das kürzeste wahrscheinlich Cino, hast du ein Bett? Ein Bett? Ja Nein, ich habe das nicht Warum denn? Nein, ich habe kein Bett Oh, ich habe Eisen Ähm Hast du ein Bett? Nein Ich habe Eisen Oh Warum? Warum bist du mit dem Mit-i-Holz-Cino? Hühnchen 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 Baue ich echt mehr Fackeln Wahrscheinlich, habe ich da Also, jetzt sehen sie sicher mehr Bei der Behindertenbank Was macht ihr gerade? Ähm, ich baue Lehen ab Ich bearbeite mein Hüsli Wo bist du überhaupt? In mein Hüsli Wo ist das? In mein Hüsli Wo ist das? In mein Hüsli In mein Hüsli ist da, wo mein Hüsli ist Ich habe meine gar keinen Druck baut Wir will schon jetzt den Hut haben Äh, ich will den Druck baut Sagt ich mir nicht bei ihm 6.000 Ähm Äh, wo ist man da? Da mein Birkenholz Äh, was sagt Ah, und für alle Zuschauer Ähm, gönne mal auf Apple, das ist mega witzig Was? Beleidigt nicht Apple, Sau Äh, du behaupten nichts? Nö? Äh, gönne mal auf Apple, das ist mega witzig Ich bin so Beleidigte Apple nicht Okay Äh, gönne mal äh, redet vom Apple-Programm und verarscht Ja, nein, das würde meine ich sonst Was? Ja, bei Windows kann man wirklich besser drehen Ja, sicher Apple läuft aber fliessend da Also, unser Computer jetzt gerade nicht, aber sonst doch Apple läuft fliessend da In was läuft es fliessend da? Also, ich finde überhaupt nichts Ja, fliessend da im Mischköbel aber Haha Ähm, was wollte ich holen? Ich wollte doch irgendetwas holen, oder nicht? Doch, irgendetwas Äh, wir haben ja viele Rätze getan Was, wir haben doch Rätze da? Ja, wir haben Rätze da Auch Rätze da Okay, ähm, machen wir einen kleinen Aufnahmepass Jetzt will ich wahrscheinlich Resimlich kurz Let's play Es ist ziemlich kurz hier Ähm, bis nach 8 Ciao